Hallo und herzlich willkommen zu Billettristik fürs Volk. Mein Name ist Max. Im heutigen Video möchte ich noch mal was ankündigen und zwar, der Titel lässt sich schon so ein bisschen erahnen, ich möchte selber wieder mehr schreiben und zwar Fiktion. Ich habe vor einigen Jahren habe ich noch recht regelmäßig geschrieben, Kurzgeschichten oder ich habe immer wieder Romane angefangen, habe aber nie so richtig was zu Ende geführt und das möchte ich jetzt ändern. Ich habe es ja im Kanaltrailer mal angedeutet, ich weiß nicht ob ihr den gesehen habt oder nicht, dass ich Interesse hätte mal einen Roman zu schreiben und das möchte ich jetzt Schritt für Schritt umsetzen. So und wie habe ich das ganze vor? Und zwar, ich setze mir jetzt zur Aufgabe, dass ich ein Jahr lang jede Woche 1500 Wörter schreibe. 1500 Wörter klingt erstmal nicht ganz so viel, das sind so drei bis vier Seiten, aber das ist eine Zahl, die ich auf jeden Fall jede Woche erreichen kann. Also egal wie stressig die Woche ist, egal was alles ansteht, 1500 Wörter sind möglich. Und mir geht es einfach darum, dass ich wieder in diese Routine reinkomme, denn das ist glaube ich wirklich das aller aller wichtigste, wenn man etwas schreiben will, also wenn man einen Roman schreiben will, dass man viel schreibt, dass man übt, 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 übt und eben durch diese Routine besser wird. Und deshalb mache ich das jetzt. Ich will euch daran teilhaben lassen und das werde ich so machen, dass ich einmal pro Monat ein Update gebe. Also ich mache ein Video und da werde ich erzählen, wo habe ich daran gearbeitet, was waren Schwierigkeiten, was lief gut, was muss ich noch verbessern, wie mache ich das, was sind bestimmte Techniken, die ich anwende. Also ich möchte euch einfach ein bisschen an diesem Prozess des Schreibens teilhaben lassen. Ich werde nicht so viel über den Inhalt erzählen, von dem, was ich schreibe, weil ich möchte nichts vorwegnehmen. Aber eben diesen Prozess, den möchte ich mit euch teilen und da möchte ich jetzt einmal im Monat ein Update darüber geben, wie das Ganze eben lief. Und wenn alles klappt, dann haben wir am Ende des Jahres einen Roman stehen. Wir müssen mal schauen. Ich glaube nicht, dass jede Seite, die ich jetzt in diesem Prozess schreibe, es in den Roman schafft, weil ich glaube, ich muss mich auch während des Schreibens noch mal steigern. Aber ich habe auf jeden Fall Riesenlust darauf, dieses Projekt jetzt zu starten. Vielleicht hast du ja auch Lust darauf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Du kannst ja auch mal in die Kommentare schreiben, arbeitest du gerade an irgendeinem Projekt in dieser Form? Schreibst du selber irgendwas? Würde mich super freuen, wenn man sich da mal austauschen könnte. Und ja, das wird jetzt einmal im Monat kommen, dieses Update zu meinem Schreiben. Aber keine Sorge, es kommen trotzdem weiterhin Videos zu Büchern oder eben auch zu Autoren und Autorinnen. Das läuft ganz normal weiter. Es ist jetzt nur noch mal eine kleine Addition, die dazu kommt. Ich habe auf jeden Fall Lust und ich würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Ich gehe jetzt mal auf jeden Fall. Ich gehe auf jeden Fall.